Ich habe das Video-Ding gemacht. Gut, Jana wird mir das auch runterladen, okay? Ja, Leute, Entschuldigung. Das Video habe ich aus Versehen so... Er hat das Video auch aus Versehen, also fertig gemacht. Ja. Ach so. Jetzt... Aber das ist immer noch die zweite Folge. Okay? Weil wir sind jetzt nicht so Pros. Doch, ich schon. Also, Jan spielt nicht so lange Dings. Also, ich habe es ihm zuerst mal alles gezeigt. Er hat alles verstanden. Aber wenn ihr auch fragt, wen gehört die Xbox? Mir, Jan. Er hat die PS4. Also, vielleicht von Jan zu mir und dann können wir eine Folge Fortnite oder so machen. Ja, oder GTA bei mir oder bei ihm. Schreibt mal in die Kommentare, was wir noch so alles machen. Ja. Ähm, so, 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 ähm, so Fake-Essen oder so echtes Essen. Also, nicht so Fake-Essen. Fake-Essen gibt es nicht, was du behindert. Also, Ding, du weißt doch, was die Prank-Bros machen mit diesem Essen-Challenge. Ach so, also so. Wir werden so einen Zettel rausziehen. Dann, dann werden wir schauen, wenn dort irgendetwas mit dem Tumblr oder mit Chicken-Bros oder so steht. Dann werden wir es einmal von Formen, also von Süßigkeiten holen. Und einmal von, ähm, echten. Dann müssen wir es essen. Und weiter und so fort. Ich hoffe, ihr kennt, guckt mal die Prank-Bros. Ja, ähm, wir empfehlen euch sehr Prank-Bros. Weil die Prank-Bros sind cool. Ah, und wenn ihr euch fragt, jetzt, jetzt, ähm, ihr macht es automatisch, ähm, speichern. Wir haben nicht gespeichert und das hilft uns sehr, automatisch speichern. Also, gebt keinen Scheiß auf den Speicher. Leute, wenn ihr euch fragt, ähm, ähm, wenn ihr so einen Emerald-Blog oder so seht, dann müsst, dann guckt lieber zuerst nach unten, ähm, wegen, dort drunter kann ich schon mal Lava sein. Weil, wo ich noch ein Nude war, hatte ich, hatte ich ein Diamantenerz gesehen. Ich hatte ein, ich hatte ein Eigenpick-Ext. Ähm, cool. Ich hatte ein... Ah, und übrigens, das ist unser Hund. Ja, und, ähm, ähm, ich hatte so einen, ähm, Diamantenblock gesehen. Auf einmal war da drunter, da und nach ist es, ähm, verbrannt. Ja, und ich empfehle euch, ähm, guckt unsere erste Folge an. Und ich hoffe, ihr, ähm, ihr liked unseren Kanal und so weiter. Würde mich sehr freuen. Und mir. Ja, ich hoffe, ich hoffe auch, dass wir ein bisschen Abonnenten knacken. Das war's dazu für mich. Also, weiß nicht, was Janet sagen will oder so. Ja, möchtest du noch etwas sagen? Ja, und übrigens, vielleicht machen wir noch so drei Uhr Nacht-Challenges. Ich nicht allein. Vielleicht, sag ich. Ja, vielleicht schon. Ähm, also, ihr könnt... Also, ich grüße euch auch, Jan auch. Schreibt einfach, ähm... Schreibt einfach, ähm, oder schreibt einfach, ähm, zum Beispiel vom Kix oder so, ähm... Und, und noch... Und noch, ähm, was wollte ich noch mal sagen? Shit. Sei so laut, dass ihr das Babygeräusch... Also, ich hab jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ich auch, ja. Ich kann mal jetzt... Ich... Ich... Ich hab's drüber. Ah, und... Wenn ihr sagt, macht mal Livestreams und so weiter... Ja, vielleicht... Sorry! Ja, vielleicht... Ja, vielleicht... Machen wir noch Livestreams bei... ... diesem Projekt. Das war kein Projekt, ja.